Im Fußball ist in Deutschland die Champions League gelaufen. Der deutsche Meister steht auch schon fest. Okay, das Pokalfinale steht noch aus, aber viel wichtiger ist, was passiert beim Hockey. Das Final Four steht vor der Tür und es begegnen sich die Top-Teams der deutschen Bundesliga. Mit dem amtierenden ERL-Champion von Harvestehude, mit dem amtierenden deutschen Meister Rot-Weiß-Köln, mit den Eurofightern vom UAC und mit dem immer wieder als Geheimfavorit geltenden Truppe aus Mannheim. Ich werde mit live dabei sein, darf dort auch die Spiele für den Livestream kommentieren. Ich freue mich drauf. Spitzenhockey am besten Blick. Kommt vorbei. Bis dann. Ciao.